Vielen herzlichen Dank. Dann bitten wir doch die ExpertInnen hier nach vorne auf die Bühne. Ja, die Beweislast ist zurück bei den Vergabestellen. Haben wir gehört, was Marc Steiner darüber denkt. Wie Marc Steiner darüber denkt, können wir uns aufgrund des Referats in etwa ausmalen. Aber Thomas, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast? Also das Erste, dass ich dachte, das war wahrscheinlich in die Richtung von Marc. Da hat sich das Bundesrecht schon ein bisschen verrannt mit dieser Microsoft-Rechtsprechung. Und als Jurist kann ich Marc nur zustimmen. Es ist wohl schon etwas schwer zu verstehen, wieso das Bundesrecht auf die Idee gekommen ist, wenn ein Staat einfach behauptet, er braucht etwas, dann ist es fast unmöglich, diese Vermutung, dass das schon so stimmen wird, umzustossen. Also als Jurist denke ich, das ist die richtige Konsequenz. Als Verwaltungsbeamter hat es mich aber schon ein bisschen besorgt. Was machen wir jetzt damit? Weil bis jetzt war mein Job als Beschaffungsjurist im CAIO etwas einfacher. Ich konnte mit den Leuten, die zu mir kommen, zu erzählen, ups, ich habe vergessen, mein Vertrag läuft aus. Können wir das wieder freihändig weitervergeben? Da kann ich sagen, ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Und jetzt muss ich sagen, es gibt weiterhin Möglichkeiten, aber es wird schwieriger. Man muss jetzt wirklich schwarz auf weiss dokumentieren können, dass es keine Alternative gibt. Das ist für den Wettbewerb richtig, für uns in der Verwaltung aber eine Herausforderung teilweise. Und darum haben wir uns auch auf die Beine gemacht und versucht, diesen wichtigen Entscheid verwaltungsintern zu kommunizieren, um unsere Leute darauf zu sensibilisieren. Also vor allem Freude. Ich habe gedacht, vielleicht ist bei den Vergabestellen ja vielleicht die Rechtsunsicherheit grösser, aber in dem Fall empfindest du es auch als richtig. Claudia Schneider-Heusi, du als Anwältin und Inhaberin einer Kanzlei, die auf Beschaffungsrecht spezialisiert ist. Wie ändert sich deine Praxis? Was ging dir durch den Kopf? Was rätst du neu den Klientinnen und Klienten? Ja, also was mir durch den Kopf ging, einerseits, der Entscheid ist wirklich richtig. Und insofern war er auch für mich eigentlich nicht so eine Überraschung. Es hat sich auch abgezeichnet in der Praxis, Bundesverwaltungsgerichte, auch andere kantonale Gerichte, europäische Rechtsprechung. Es wurde in der Lehre kritisiert. Also der Entscheid ist wirklich richtig. Und das andere Thema ist ja, was machen jetzt die Vergabestellen damit? Und da ist eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Ich denke aber, man kann mit bestimmten Methoden, das wurde bereits erwähnt, die Marktabklärung beispielsweise, oder dass man die Voraussetzungen auch wirklich belegt, warum da im Blit 3E diese Ausnahmeveraussetzung, oder es führt wirklich zu erheblichen Schwierigkeiten, Risiken, Folgekosten, dass man das belegt mit beispielsweise einem technischen Gutachten. Dass man... Gut, ich hoffe, Sie haben mich verstanden, ja. Trotz allem. Also, eben, dass man hier wirklich die Beweislage schafft seitens der Vergabestellen. Aber ich möchte da auch ein bisschen wieder die Angst nehmen. Eine solche Marktabklärung ist machbar. Ein solches technisches Gutachten, das kann man machen. Wichtig finde ich, und das hat der Kanton Bern offenbar gemacht, oder? Also man geht aktiv auf die Vergabestellung zu und sagt, hier sind die Methoden, das könnt ihr machen. Vielleicht kann ich hier gleich nachhaken. Was ist dann eine gute Marktabklärung? Also dieses Wort Marktabklärung ist wichtig. Wenn ich als Juristin schaue, ich zuerst im Gesetz finde ich wirklich nirgends. Was ist eine gute Marktabklärung? Und dann vielleicht an dich, Marc, und wie dokumentiere ich das gut? Dass es nicht rechtswidrig und vielleicht auch nicht dünn ist. Was ist eine gute Marktabklärung? Also im Gesetz finden Sie, dass genau in einer Bestimmung wird die Marktabklärung erwähnt im Zusammenhang mit der Vorbefassung. Da heisst es, Ergebnisse aus der Marktabklärung, die müssen allen zugänglich gemacht werden, damit nicht ein Vorbefassungsbestand besteht. Die Marktabklärung ist nicht gesetzlich geregelt. Und auch hier, ich ermuntere die Vergabestellung, mach das, hab nicht zu viel Angst davor. Es gibt wie zwei verschiedene Themen, die eine Vergabestelle mit einer Marktabklärung prüfen will. Nämlich das, was wir jetzt hier ansprechen. Sie möchte prüfen, gibt es einen Anbietermarkt? Ist da überhaupt ein Anbieter da? Oder das Zweite ist, sie will eine Ausschreibung ausführen, sie ist sich aber unsicher, was auf dem Markt vorhanden ist. Und sie macht die Marktabklärung deshalb, weil sie nicht am Markt vorbei ausschreiben will. Wichtig in beiden Fällen ist, dass sie das fair macht, transparent, alle Anbieter, die in Frage kommen, erreicht. Und dass sie das dokumentiert, die Ergebnisse dokumentiert und nachher das wieder zugänglich. Ich habe das hier. Der Punkt ist der letzte Satz von Claudia Schneiderhäuser, finde ich besonders wichtig. Der mit der Dokumentation. Das neue Vergaberecht, meine Damen und Herren, das will ja nicht nur Qualität und Nachhaltigkeit, sondern auch Next Level Governance, Korruptionsprävention, Integrität und all die Themen. Das vergessen wir zu oft, obwohl es eigentlich der naheliegendere Teil ist, weil ohne Governance funktioniert auch der Wettbewerb nicht richtig. Und das sind Thomas Fischer und ich waren uns da immer einig, weil das ist ein Mindset, das schon nach altem Recht eigentlich klar war. Nach meinem Verständnis. Und jetzt kommen wir zu deinem Thema mit der Marktabklärung. Und das ist auch für den Freihänder wichtig. Dokumentieren Sie Aussagekräfte. Wir haben ein neues Urteil, also Französisch. Und da hat ein Befangenheitsproblem, war offensichtlich. Und im Evaluationsbericht kam einfach der Satz, die Frage der Unbefangenheit der Mitglieder des Evaluationsteams wurde diskutiert und festgestellt, dass es kein Problem gibt. Dieser Satz kann dann funktionieren, wenn wirklich vom Schiff aus nichts Verdächtiges auf dem Meer zu sehen ist. Aber wenn man einen Mitarbeiter im Evaluationsteam hat, der vorher bei der Zuschlagsempfängerin angestellt war und sie erdreisten sich im Evaluationsbericht einen solchen Satz zu formulieren, dann müssen Sie wissen, dass das Gericht reagiert. Und beim Freihänder ist es eben genau dasselbe. Dokumentieren Sie das so, dass die Begründung in der Dokumentation den Selbstkontrollzweck der Verwaltung erfüllt und auch eine glaubwürdige Prüfung ermöglicht. Und wenn diese Marktabklärungsphilosophie, das heisst das ehrliche Interesse an der Frage, was der Markt hergibt, mit der glaubwürdigen Dokumentation zusammenkommt, dann sind Sie dort, wo Thomas Fischer Sie haben möchte, nämlich in einem rechtssicheren Bereich, auch unter diesen neuen Prämissen. Ich kann Ihnen vielleicht noch kurz erklären oder ein paar Worte darüber verlieren. Wie macht man überhaupt eine Marktabklärung? Weil, wie wir schon gehört haben, das Wort steht zwar im Gesetz, aber das Gesetz sagt uns nicht, wie wir das machen müssen. Hier werden nur ein paar Stichworte. Eine Form, die man höfig sieht, ist das RFI, Request for Information. Das ist eine Methode, bei der sich der Auftraggeber an die Öffentlichkeit, an die Fachöffentlichkeit wendet und sagt, ich habe einen Bedarf. Wer kann mir dabei helfen, den Bedarf zu füllen? Das ist typisch eine Umfrage mit gezielten Fragen, auf die die interessierten Unternehmen antworten können, die dem Auftraggeber ein Bild des Marktes gibt. Kurzer Einschub. Bis vor kurzem war das via SIMAP einfach möglich. Man konnte das mit der Funktion Vorankündigung machen. Seit ein paar Monaten haben wir ein neues SIMAP und dort ist diese Funktion noch nicht implementiert. Wir sind in einem agilen Entwicklungsmodus, wo alles ein bisschen agil und dynamisch geht. Aber soweit ich weiss, ist auf Ende Jahr geplant, dass das neue SIMAP eine dedizierte RFI-Funktion erhalten wird, über die man dann die ganze Schweiz wieder mit solchen Umfragen beglücken kann. Und es gibt noch, ich sage es nur ganz kurz, ein paar weitere Methoden der Marktabklärung. Die Internetrecherche, das Guthalte Google ist auch eine Form der Marktabklärung, wenn man es nachvollziehbar dokumentiert. Man kann auch spezialisierte Unternehmen beauftragen, eine Marktstudie durchzuführen. Man kann solche Marktstudien auch fertig kaufen. Es gibt Unternehmen wie Gartner, die zum Beispiel bestimmte Marktsegmente systematisch abdurchsuchen und dann auswerten und dann sagen, wer ist leader, wer ist eher nicht leader. Auch das kann eine Methode der Marktabklärung sein. Und letztlich auch die Interaktion mit anderen Beschaffungsstellen, mit anderen Auftraggebern. Wer hat das schon ausgeschrieben? Wer hat das erfolgreich ausgeschrieben? Da gibt es auch Instrumente wie Intelliprocure, auf die man zugreifen kann, die einem einen Überblick geben können, wie der Nachfragemarkt für eine bestimmte Leistung aussieht. Ja, keine schlafenden Richter wecken und die Tools nutzen, die wir haben für eine gute Marktabklärung. Sie sehen, wir bekommen hier ganz, ganz viele Praxistipps von drei ExpertInnen, die man sonst lange sucht. Nehmen Sie die Chance wahr, stellen Sie Ihre Fragen, Fragen aus dem Publikum. Jennifer De Capitani, guten Morgen. Neben der Marktabklärung gehört ja zur Vorbereitung auch eine Bedarfsabklärung. Wenn ich jetzt eine Organisation bin und feststelle, dass der Bedarf meiner Mitarbeitenden ist, mit Microsoft zu arbeiten, ist dann meine Marktabklärung bereits erledigt? Wem darf ich diese Frage stellen? Könntest du die Frage kurz wiederholen? Ich bin nicht sicher, ob ich sie verstanden habe. Wiederholen. Okay. Wenn ich eine Bedarfsabklärung mache bei mir in der Organisation als Vergabestelle und feststelle, dass meine Mitarbeitenden mit Microsoft arbeiten wollen müssen, ist dann meine Marktabklärung bereits erledigt? Also aus meiner Sicht nicht. Jetzt geht es eben darum, ich habe eine Anforderung auf einer Seite. Und die Anforderung, die beschränkt sich ja idealerweise nicht darauf, ich will einfach Microsoft, sondern was will ich tun mit diesen Microsoft-Tools? Welche Funktionen, welche Interaktionen, welche Schnittstellen müssen sie haben? Und dann muss man eben auf der Basis dieser Anforderungen eine Marktabklärung machen. Dann gibt es alternative Tools, die gibt es in der Informatik fast immer. Die Frage ist, mit welchen Vor- und Nachteilen sind sie verbunden, mit welchen Risiken, Migrationsrisiken, Einführungsrisiken, so dass man dann zum Schluss kommen kann, sind das realistische Alternativen oder nicht? Sport, danke vielmals. Ich habe eigentlich drei Fragen an je einen der Referentinnen und Referenten, wenn ich darf. Claudia Schneider, du hast, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden, Erfahrung im Markt der Strassenverkehrsämter. Jetzt, ich lese im Entscheid, beide Parteien waren vollständig im Besitz von Kantonen. Und jetzt hätte man doch eigentlich als Kanton Watt einfach auch sich beteiligen können an der Viacar und hätte das dann einen Ausweg aus der Beschaffungssituation gegeben. Und die Frage an Marc Steiner wäre gewesen, was ist an diesem Markt nachhaltig? Du hast eingangs erwähnt, man muss, wenn man beschafft, sich so verhalten, dass die nachhaltigste Lösung entsteht. Und jetzt haben wir im Strassenverkehrsbereich zwei Anbieter, sage ich jetzt mal, in einer kleinen Schweiz, die es so macht wie nirgends im Ausland. Und dann noch eine zufällige Kombination mit eidgenössischem Strassenverkehrsregister. Was ist an diesem Markt nachhaltig? Und die Frage an Thomas Fischer wäre gewesen, wie finde ich dann hier einen alternativen Konkurrenten? Ja, dann lege ich mal los, oder? Wenn man den Bundesgerichtsentscheid und vor allem auch den kantonalen Entscheid des Kantonsgerichts Watt liest, der ist übrigens einfach in Klammern, der ist sehr lesenswert, weil er hat noch zusätzlich zum Bundesgerichtsentscheid weitergehende Ausführungen, beispielsweise zur Verhältnismässigkeit, Kosten, Erstauftrag und dieser Freihänder, den man da anhängt. Also der spricht Klartext hier. Aber wenn man diese Entscheide liest, sieht man, da wurde eben eine Applikation, Neuentwicklung gesucht für Strassenverkehrsämter. Es gibt drei Anbieter auf diesem Markt. Alle drei Anbieter sind öffentliche Unternehmen. Die Aktien sind im Besitz der öffentlichen Hand. Und das wird im Wattländerentscheid auch thematisiert, oder? Wären da die Voraussetzungen gegeben gewesen, dass man da eine Inhouse-Vergabe hätte tätigen können an diese Beschwerdeführerin? Und das wird verneint, weil der Kanton Watt nicht Aktionärin dieser Beschwerdeführerin war. Man hat gesagt, da fehlt es an dieser Kontrollvoraussetzung, die notwendig ist, dass eine Vergabestelle die Kontrolle über einen solchen Anbieter hat, über Aktionariat oder über Einsitz im Verwaltungsrat. Und also das war nicht möglich, unter anderem auch deshalb diese Beschwerdeführerin, sie hat auch eine Ausschreibung des Kantons Zürich, der Kanton Zürich hat diese Lösung ausgeschrieben, teilgenommen hat. Und mein Gedanke war auch beim Lesen dieses Entscheidens, jetzt hat man hier im Kanton Watt einen Freihänder bemüht, und der Markt ist aber offenbar nicht wirklich vorhanden für eine Ausschreibung, so wird argumentiert, so hat auch Frau Bertsch ja heute teilweise argumentiert, da gibt es keinen Markt, ja dann müssen wir einen Freihänder machen. Mein Gedanke geht dahin, dass es wahrscheinlich ehrlicher wäre, in einer solchen Situation zu sagen, wir schauen, dass die Voraussetzungen für eine Inhouse-Vergabe möglich sind. Aber dann muss man diese Voraussetzungen auch schaffen, also Sprichwort Aktien beispielsweise übernehmen, damit diese Voraussetzungen für eine Inhouse-Vergabe gegeben sind. Der nachhaltige Markt ist in diesem Kontext wäre ein Markt mit funktionierendem Wettbewerb, oder wir verstehen uns richtig. Das Nachhaltigkeitsverständnis deckt sich insoweit mit der Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts. Und genau das ist ein extrem spannender Punkt. Der Lieblingsrechtsvertreter der Bundesbehörden sagt immer, die Auftraggeberseite nimmt den Markt, wie sie ist und seine Eingaben. Und das ist aber nicht der Weisheit allerletzter Schluss, sondern wir müssen durch unser Konsumverhalten dazu beitragen, dass funktionierender Wettbewerb erhalten bleibt oder gefördert wird. Dazu gibt es zum Beispiel das Mittel der limitierten Losvergabe. Das ist ein ganz geniales System. Sie haben einen engen Markt. Sie machen drei Lose und sagen nicht, ein Anbieter darf alle Lose kriegen, auch wenn er für alle drei Lose das günstigste Angebot legt. Ich zahle freiwillig mehr, damit ich in zehn Jahren noch einen funktionierenden Markt habe. Die sogenannte strategisch limitierte Losvergabe. Die Swisscrete hat das gemacht. Eine Anbieterin hat Beschwerde erhoben und gesagt, das sei nicht in Ordnung, das sind vergabefremde Aspekte, da wird nicht das billigste Angebot berücksichtigt, das sei unerwünschtes Marktdesign, bla bla, oder? Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, meine Damen und Herren, die Wettbewerbszielsetzung ist genauso ein Gesetzesziel wie die wirtschaftliche Vergabe. Das heisst, wenn ich investieren will in funktionierenden Wettbewerb, indem ich nicht alle drei Lose dem billigsten gebe, dann ist das absolut vergaberechtskonform. Das ist sogar vorausschauend. Das ist wichtig und das ist nicht unerlaubtes Marktdesign der öffentlichen Hand. Und diese Geschichten, die müssen ins Mindset und dann, glaube ich, kommen wir auch mit ihrer Nachhaltigkeitsbegrifflichkeit einen Schritt weiter. Und noch kurze Frage, wie finde ich einen alternativen Anbieter? Nun, es geht ja um Strassenverkehrsamtssoftware und da ist der Markt relativ beschränkt, nämlich auf die ungefähr 26 Strassenverkehrsämter der Schweiz. Also was ich machen würde, in solchen Situationen, wo meine Kolleginnen und Kollegen den anderen Ämtern mal anschreiben oder bei einer Tagung der Strassenverkehrskonferenz oder was auch immer es da gibt, mal fragen, wie macht ihr dies, was habt ihr für Anbieter, seid ihr zufrieden damit, was sind eure Erfahrungen? Und dann haben sie wahrscheinlich schon 90 Prozent der Marktabklärung gemacht. Super, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, hinten und dann haben wir hier in der Mitte gleich. Soll ich beginnen? Bitte sehr. Lukas Fessler, Rechtsanwalt aus Zug. Wenn ich jetzt hier zuhöre, habe ich das richtig verstanden, dass es eine Alternative für die öffentliche Verwaltung gibt, die lautet, beteilige dich als Aktionär an einer Softwareentwicklungsfirma, dann gehst du in den Inhouse-Vergabe-Bereich und kannst freihändig vergeben. Diese Frage richtet sich an Clown, glaube ich. Ja, ganz so einfach ist es natürlich auch nicht. Also es gibt diese zwei Voraussetzungen, das Kontrollerfordernis und das Tätigkeitserfordernis für eine Inhouse-Vergabe. Kontrollerfordernis, das ist die Vergabestelle, muss diesen Anbieter kontrollieren können, quasi wie im eigenen Haus oder wie die eigene Verwaltung. Und eben das sind die Stichworte, er ist Aktionär oder im Verwaltungsrat und kann so die Kontrolle ausüben. Es gibt aber das zweite Erfordernis und das ist das Tätigkeitserfordernis. Also dieser Inhouse-Anbieter, der muss überwiegend 80% für die Vergabestelle oder andere Vergabestellen tätig sein. Also er kann nicht gleichzeitig auf dem Markt sich an Ausschreibungen beteiligen. Er kann nicht den privaten Markt konkurrenzieren. Das wäre sonst wettbewerbsverzerrend. Und das muss man wirklich sehr genau ansehen, sind diese Voraussetzungen erfüllt und vor allem nachher auch ehrlich leben. Also die Geschichte zeigt einfach, da wurden solche Inhouse-Unternehmungen, Anbieter, die wurden gegründet. Eine Zeit lang sind sie nur für die öffentliche Hand tätig, das funktioniert. Und irgendwann kommt der Gedanke, ja wir müssen wirtschaftlich sein, ja wir gehen raus auf den Markt. Und sie kommen so in eine Doppelrolle. Und genau das geht nicht. Ich habe eine Frage aus der Mitte. Ich habe einen Abstand da meistens, es führt nicht zur Vorbefassung, es hat keinerlei Einfluss auf eine spätere Ausschreibung, keine Vor- oder Nachteile. Eine Teilnahme ist quasi komplett neutral und freiwillig. Ich habe dann mal auch einen Fall gesehen, wo es offensichtlich dann nur ein Anbieter mitgemacht hat bei einem RFV. Das ist auch immer ein gewisser Aufwand. Aber es war sicher ein Bereich, wo es einen Markt gibt, wo es alternative Produkte gibt, aber hat einfach keiner mitgemacht. Und dann kam ein paar Monate später ein freihändiger Zuschlag. Es hat nur einer mitgemacht, deshalb kriegt dieser den Vertrag. Ja, das ist schon ein bisschen ein Kurzschluss. Zurecht steht in den RFIs, die Teilnahme ist freiwillig. Das heisst aber auch, wer nicht am RFI teilnimmt, der vergibt sich nicht, das Recht gegen eine spätere Vergabe, Schwerde zu führen. Niemand muss den Aufwand auf sich nehmen, an einem RFI teilzunehmen. Darum ist ein RFI meistens nicht die ganze Marktabklärung, sondern nur ein Teil davon. Wenn ich jetzt ein RFI durchführen würde und ich weiss aufgrund meiner bisherigen Recherche, es gibt einige Unternehmen, die Leistungen in diesem Bereich anbieten, aber es macht nur einer mit. Dann würde ich abklären, wieso ist das so? Vielleicht diese anderen Unternehmen mal anschreiben, habt ihr unseren RFI gesehen, möchtet ihr doch nicht teilnehmen, wieso habt ihr nicht teilgenommen? Und wenn ich merke, dass vielleicht ein RFI das Problem war, wie in diesem Fall möglicherweise, dann würde ich andere Methoden der Marktabklärung noch einsetzen, um ein vollständiges Bild der Lage zu erhalten. Weil sonst gehe ich halt schon ein relativ hohes Beschwerdrisiko ein. Kleiner Spoiler-Alert. Es kann sein, dass RFI über Mittag im Ask a Lawyer noch vertieft wird, also falls Sie mehr dazu hören wollen. Es ist 10.26 Uhr. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage hinter dir, Matthias. Guten Tag, Ramon Huldi. Wir haben jetzt gelernt, dass der Auftraggeber beweisen können muss oder darlegen können muss, dass es keine Alternative gibt bei einer freinhändigen Vergabe. Auch wenn er jetzt Alternativen findet, der Auftraggeber, kann er trotzdem noch geltend machen, dass ein Umstieg auf diese Alternativen zu aufwendig wäre oder nicht zu rechtfertigen wäre? Ja, das kann er versuchen. Dann sind wir hier im Litera E, eine dieser Ausnahmevoraussetzungen, der sagt, die Ersetzung, Erweiterung muss quasi durch den bestehenden Anbieter erfolgen. Insbesondere, wenn da auch sehr hohe Folgekosten, sehr hohe Risiken damit verbunden sind, oder? Und er müsste dann die Beweislage dafür schaffen, dass diese Voraussetzung gegeben ist. Also er kann das nicht einfach nur behaupten, ja, das gibt Probleme. Er muss das belegen, also eben Stichwort hier, technisches Gutachten beispielsweise. Und das gilt auch für die anderen Bestimmungen dieses Artikel 21. Er muss das belegen, warum und wieso ist er der Meinung, es ist zeitliche Verdränglichkeit, die nicht von ihm selber verschuldet ist, beispielsweise. Und er muss das dokumentieren. Also nicht einfach nur machen, sondern belegen, dokumentieren. Und die Überlegungen, wie man zu diesem Entscheid kommt, das muss wirklich in diesem Vergabeentscheidung zu diesem Freihänder auch hinterlegt sein. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage ein bisschen für die Kristallkugel. 40 Prozent Freihänder haben wir immer noch im IT-Bereich. Im Normalen sind es 20 Prozent. Wird sich das ändern? Was denken Sie? Ich würde mich freuen, dass es sich ändern würde. Ich bin einfach nicht so optimistisch, weil, wie Frau Regierungswältin Bertsch schon gesagt hat, der Trend auch im IT-Markt geht eher zur Konsolidierung, zu wenig Wettbewerb. Und ich möchte da vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von der Weco im Raum ist, aber ich möchte da noch einen Aufruf lancieren, auch an die Wettbewerbsbehörden, auch Wettbewerbstögen in diesem Markt ernst zu nehmen. Es ist vielleicht nicht gerade so sichtbar, wie wenn man sich in einem Asphaltkartell oder so etwas aufdeckt, aber auch unser IT-Markt hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Wettbewerbsbehörden nötigt. Denn ich habe das Gefühl, es ist vielleicht die wirksame Methode, um mehr Wettbewerb zu schaffen als über das öffentliche Beschaffungsrecht. Das ist ein spannender Punkt, weil, das sagen wir auch in den Baukartellfallen, das Wettbewerbsrecht und das Beschaffungsrecht decken sich ja in der Zielsetzung der Herstellung des Wettbewerbs. Oder da gibt es eigentlich vom Gesetzessystem her gedacht, vollständige Politikkoherenz. Das ist ja mal schön zu sehen, wenn das in der Rechtsordnung so ist. So gesehen denke ich auch, das hat Potenzial. Aber der zweite Punkt ist ja, wie kriegen wir Freihänder-Compliance hin? Und ich habe das Gefühl, dass wenn auf Bundesebene in gleich klarer Art, wie das CAIO das gemacht hat, Guidance rausgeht, das in ähnlicher Klarheit sagt, wie man die neue Rechtslage zu interpretieren hat, dass das helfen könnte, um etwas in die von dir angesprochene Richtung zu bewegen. Ja, also eine IT-Freihänderquote von 40 Prozent, das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung sagt immer wieder, diese Ausnahmebestimmungen, die müssen restriktiv angewendet werden. Und meines Erachtens muss das geändert werden, das ist quasi die rechtliche Ebene. Aber es gibt auch die andere Überlegung, die Freihänder über Jahre, Jahrzehnte hinweg schaffen Abhängigkeiten, andere Anbieter verschwinden, es entwickelt sich kein Markt. Oder mit anderen Worten, IT-Freihänder machen auch ein Stück weit den Markt kaputt. Und ich denke, man muss eine saubere Triage machen als Vergabestelle. Wo befinden wir uns? Sind wir wirklich in einem Anwendungsfall, wo die Voraussetzungen nach Artikel 21 erfüllt sind? Müssen wir nicht allenfalls uns ehrlich überlegen, statt einen Freihänder zu tätigen, vielleicht unsere eigene Unternehmung im Sinne einer Inhouse-Vergabe wieder anders aufzustellen, wenn da kein Markt vorhanden ist. Und die dritte Kategorie, und das sehen wir sehr oft, da werden die Bestimmungen mal angerufen, ohne nähere Abklärungen, ohne dass sie wirklich erfüllt sind, weil es halt einfach bequemer, weil es halt einfach einfacher ist. Alles nachvollziehbar. Aber es ist rechtlich nicht sauber und es ist für die Marktsituation nicht gut. Bedanke ich mich ganz herzlich für die drei ExpertInnen. Ja, ich glaube, ihr bekommt noch etwas von uns und sie bekommen Kaffee und Gipfel in der Pause, wenn sie denn wollen. Wir treffen uns in den Fachsessionen wieder. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite für das hervorragende Panel. Sehr spannende Diskussion. Wir warten noch eine, zwei Minuten. Sie dürfen Platz nehmen als Speaker und für die Anwesenden, bevor sie in die Pause entlassen kann, zwei, drei Hinweise noch. Nach diesem spannenden Panel wird es jetzt dann eben in die Fachsessions gehen und wir sehen uns eigentlich erst wieder am Nachmittag, etwa um drei Uhr, wenn es mir recht ist. Und dann geht es dann mehr oder weniger weiter zum Thema digitaler Souveränität. Eigentlich die Frage, wie kann man eben diese Freihänder in der IT-Beschaffung reduzieren. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Sie haben auf Ihrem Tisch einige Broschüren gesehen über das IPST, das Institut Public Sector Transformation. Und da möchte ich ganz kurz noch ein Wort sagen zu dieser speziellen Fachgruppe, Public Procurement and Law. Das sind dieser Herr und die Damen, die entsprechend diese Fachgruppe besetzen. Das sind Juristinnen und aber auch Beschaffungsexpertinnen und eben aus unterschiedlichem Hintergrund. Und wir sind eben als Forschungsgruppe auch unterwegs. Es wurde schon angetönt. Einerseits wird geforscht seit diesem Jahr zu einem neuen Nationalfondsprojekt, vier Jahre zusammen mit der Uni Zürich und Uni Bern. Und da ist auch der Kanton Bern involviert und die SBB und die Stadt Zürich. Da geht es um die nachhaltige öffentliche Beschaffung, also mit künstlicher Intelligenz Nachhaltigkeitskriterien zu identifizieren. Und eben das erwähnte InnoSwiss-Projekt und zahlreiche Partner, die heute jetzt auch hier sind. Zwölf Partner aus der Behördenlandschaft, aus der Wirtschaft und auch CIMAP selber. Und die BEDAC sind da involviert. Da geht es ganz direkt um den KI-Einsatz. Jennifer de Capitani wird da in der Fachsession am Nachmittag oder heute Morgen noch mehr sagen. Die Daten für diese Forschung kommen primär aus diesem Tool Intelliprocure, die wahrscheinlich viele schon kennen, wo man sämtliche öffentliche Beschaffungen inklusive Unterlagen herunterladen kann. Und eben die Weiterbildung, das ist wichtig, Bestandteil für die Transformation des Beschaffungswesens. Zwei CAS, öffentliche Beschaffung, CAS, öffentliche Beschaffung für Tiefung und die Beschaffungsroundtables als wichtige Mittel. Vielleicht ganz kurz zu diesem letzten, zu diesem neuen Beschaffungs-CAS, öffentliche Beschaffung für Tiefung. Das ist der bisherige Beschaffungs-CAS-Technologiebeschaffung. Dann haben wir das neu positioniert, um wirklich diese Vertiefungskarakter noch hervorzuheben. Einige Themen sind gleich geblieben, einige sind dazugekommen. Wir haben eben verschiedene Module, die die vertiefenden Themen rund um die Debriefings, die Verträge, das ist die strategische Beschaffungsmanagement, IT-Beschaffungen, Nachhaltigkeit von IT-Beschaffungen und auch funktionale Ausschreibungen usw. thematisieren. Wenn Sie da Interesse haben, zahlreiche oder fast alle der Dozieren sind heute anwesend, das freut uns. Und es startet schon im November und ist dann auch schon wieder im März zu Ende. Und dann noch ganz wichtig, letztes Jahr hatten wir das Thema alles neu, die Beschaffungswelt im Wandel. Sie rennen sich vielleicht noch an diese Schmetterlinge. Jetzt ist er geschlüpft. Seit dieser Woche ist eben auch dieser Sammelband erhältlich. Das sind elf spannende Fachbeiträge, die von Referierenden vor der letztjährigen IT-Beschaffungskonferenz verfasst wurden und nun in einem Band von Rika Koch, Lara Biel und eben Thomas Fischer auch herausgegeben wurde. Sie können einerseits das Buch, das sind fast 200 Seiten, als PDF downloaden, Open Access, gratis. Oder Sie können heute mit dem Konferenzrabatt von 20% für nur 39 Fragen ausschaffen. Also von dem her, Juristinnen haben ja gerne auch Papier und von dem her kaufen sie sich auch diese 30 Exemplare. Wir haben nur ganz wenige Exemplare und vielleicht kriegen sie auch ein Autogramm der Herausgeberschaft. Gut. Und dann eben noch geht es dann gleich weiter mit den Sessions. In der Mittagspause, wichtig, Ask a Lawyer, da dürfen Sie nur Mittagessen, wenn Sie wirklich angemeldet sind. Weil sonst haben wir zu wenige Lunchbacks. Also entweder sind Sie regulär angemeldet oder Sie verzichten aus Diätgründen oder wie auch immer auf das Mittagessen und gehen an die Ask a Lawyer. Und wie gesagt, haben Sie Geduld. Es hat genug zu essen für alle, aber eben das Tempo nicht alle gleichzeitig und Sie können sich gut verteilen. Es ist schönes Wetter. Jetzt aber geht es weiter eben mit der Pause und danach in diesen einzelnen Räumen zu den Fachsessions rund um Kommunikation, das M-Mag und Open Source, die nachhaltige IT-Beschaffung, juristische Aspekte und User Experience und Agile Development. Nach dem Mittagessen und Nachmittag können Sie dann auch gleich selbstständig um 14 Uhr in die Fachsessions Cyber-Sicherheit, öffentliche Beschaffung von KI, Verfahren und Methoden, Transparenz und Monitoring und Zukunftsperspektiven der Nachhaltigkeit gehen. Und dann, ah ja genau, jetzt habe ich es wieder, um 16 Uhr sind wir dann wieder alle hier für das Plenum, das Schlussplenum zu digitaler Souveränität und IT-Beschaffungen. Da kommt ein Gast aus Deutschland angereist und wir werden da noch eine schöne Schlussdiskussion halten. Jetzt gute Pause und bis später.